Hier hat es auch ganz was Nettes, hier hat es auch die Fischtreppe, die so bis gut in den 80er Jahren gebaut worden sind, die eigentlich nur für Lachse funktioniert haben. Und die meisten Fische, die hier gelebt haben, haben es gar nicht geschafft, da irgendwie hochzukommen. Oh. Wirklich so bei dem Wasserstand, wenig ein Fisch außer ein Lachs soll hier noch hochkommen. Optisch, wenn das so ranzoomt, schaut es natürlich gut aus, also da kommen die modernen Fische nicht hinterher, also muss man sagen, also künstlerisch 1a. Jetzt ist das Kraftwerk mit einer besseren Fischtreppe ausgestattet worden. Oh, da ist sogar eine wie bei uns daheim, eine Betonfischtreppe. Ja. 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 Hier schön gleichmäßig den Höhenunterschied überwindet. Ups, wir gehen hier richtig lang nach hinten. Da, schau mal her. So. Diese Fischtreppe funktionieren erstaunlich gut, obwohl es natürlich ausschaut, aber die funktionieren erstaunlicherweise. Und da geht es dann wieder rein. Hier schön den Ausgang von der Fischtreppe. Ja. Mensch, das ist ein Fisch. Das ist das Maßstab. Ja. Hier gesehen hat der Fischtreppe. Schauen Sie sich j hơn. Als Sie über eine Fisch? Ich kann es mal videoschreiben. Das ganze, da, da. Da, da, da. Da. Da, da. Untertitelung des ZDF, 2020